Ich lerne Deutsch. Legendär Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort legendär wird verwendet, um Personen, Ereignisse, Orte oder Dinge zu beschreiben, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, Erlebnisse oder Taten einen dauerhaften und weitreichenden Ruhm erlangt haben. Das Wort legendär wird verwendet, um Personen, Ereignisse, Orte oder Dinge zu beschreiben, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, Erlebnisse oder Taten einen dauerhaften und weitreichenden Ruhm erlangt haben. Das Wort legendär wird verwendet, um Personen, Ereignisse, Orte oder Dinge zu beschreiben, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, Erlebnisse oder Taten einen dauerhaften und weitreichenden Ruhm erlangt haben. Die legendäre Rede von Martin Luther King veränderte die Geschichte. Betont, dass die Rede von Martin Luther King so bedeutsam und einflussreich war, dass sie weltweite Bekanntheit und dauerhaften Einfluss hat. Die legendären Konzerte der Band ziehen noch immer Fans an. Betont, dass die Konzerte der Band so außergewöhnlich und erinnerungswürdig sind, dass sie im Gedächtnis der Menschen bleiben und noch immer viele Fans anziehen. Er erzählte von seiner legendären Reise um die Welt. Betont, dass die Reise so außergewöhnlich und beeindruckend war, dass sie in Geschichten und Erinnerungen weiterlebt. Die legendäre Gastfreundschaft der Einheimischen ist weithin bekannt. Betont, dass die Gastfreundschaft der Einheimischen so außergewöhnlich und bemerkenswert ist, dass sie weithin gerühmt und bewundert wird. Der legendäre Schauspieler hat eine Karriere voller unvergesslicher Filme. Betont, dass der Schauspieler eine so beeindruckende und bedeutende Karriere hat, dass seine Filme erinnerungswürdig und weltbekannt sind. Die legendären Partys des Millionärs sind in der Stadt berüchtigt. Betont, dass die Partys des Millionärs so außergewöhnlich und spektakulär sind, dass sie in der ganzen Stadt bekannt und Gesprächsthema sind. Das legendäre Duell zwischen den beiden Schachmeistern wird immer in Erinnerung bleiben. Betont, dass das Duell so außergewöhnlich und spannend war, dass es in die Geschichte einging und unvergessen bleibt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.